Hallo liebe Gartenfreunde! Heute legen wir hier bei einem Kunden ein Rasenplanum an. Wir haben den Rasen abgeschält. Da war ein Rollrasen drauf, der war sehr verunkrautet. Und jetzt haben wir Lava und Sand eingearbeitet. Ungefähr drei Zentimeter pro Quadratmeter Schichtaufbau. Das Ganze haben wir dann eingefräst. Dann haben wir jetzt gedüngt mit Oskorne Animalin, organischer Dünger, mit Kalkamon zusätzlich noch. Und mit Bodenaktivator, d.h. Bentonit, Urbesteinsmehl und Algenkalk. Jetzt machen wir gerade hier das Rohplanum. Das heißt, wir ziehen die Berge in die Täler, gucken, dass alles möglichst gleichmäßig verläuft und holen die groben Steine raus. Anschließend walzen wir das einmal und machen dann das Feinplanum. Und dann wird auch schon gesät, noch mal gerecht und noch mal gewalzt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst uns ein Like oben und abonniert auch den Kanal. Bis dann mal wieder. Tschüss!